Hi, zu einer weiteren Folge, Two Point Campus, Junge, so, den letzten Aufnahm hat man ja gesehen, ich habe eine Universität gehabt, oder ab einer Uni, aber der läuft nicht so wie ich es mir vorstelle. Vor allem ist es auch ein bisschen unkoordiniert. Ja, ja, neues Spiel. Ich habe schon was freigeschaltet. Ja. Ob ich mir den einer Campus ausruhen kann, würde ich gerne wissen. Ähm, ne, kann ich nicht. Ähm, oder? Ne, kann ich nicht. Warum nicht? Warum nicht? Hm. Im Hauptmenü. Klasse ohne Speicher. Hm. Wir haben ja hier, Ausforderungsmodus, Sandbox. Sportfahren. Gebildete Bildung. Gut ausgebildetes akademisches, hau mich tot. Wir sind ein bisschen Braten und Helfer. Ich habe vielleicht keine Erfahrung als Campusverwalter. Hä? Verarschen? Was denn? Hä? Was ist denn mein Campus? Was ist denn? Was ist denn? Freshly Meadows hier, Universität Gürrl. Ich muss sagen, er wird sich verarschen. Sehr frech gewesen. Ist jetzt verfügbar. Piazza Land Nautala ist jetzt verfügbar. Ah, okay. Ach so. Ich hab dann auch, ich hab mal hier. Aha. Ich kann den Campus ausbauen und ich kann den ausbauen. Ist so. Ach krass. Ich hab so eine ganze, äh, ganze, ganze, ganze Karte. Ich staunt die Junge. Kann ich noch nimmer machen? Wie kann ich noch? Ach so. Oh, sieht aus wie Hogwarts. Gehen wir mal hier rein, oder? Boah. Gute ja. Gucken wir schnell wir und wie weit bekommen. Wie schnell und wie weit. Wie flink wir sein werden. Und wie erfolgreich noch dazu. Uiuiui. Mal gucken. Na ja, bis jetzt eigentlich recht aufregend. Oh, irgendwie, weiß ich nicht. Da fehlt was. Da fehlt dieses... Das... Wie ist das? Wie Tüpfel denn? Wie steht ihr da? Wie steht ihr mich? Na? Wie steht ihr mich? Wie steht ihr einfach? So. Auf dem Campus gibt es für Hausmeister eine Menge zu tun. Welche dir ein paar Hausmeister einzustellen? Wie viele Hausmeister soll ich denn machen? So. Ich wollte ja ein bisschen hier umbauen, ne? Ich wollte für die Vorlesungen, wollte ich den rum haben. Oder vielleicht verteile ich das für Psycho-Dingsbums da, dann da. Immer was. Vielleicht ist das ja mal gar nicht so verkehrt. Hm. Und die kann ich hier einfach kaufen. noch raus. So. Jetzt geh ich, ist mal weg. ies. Dann geh ich, ist mal weg. also weil das ist ja der aufenthaltsraum für die menne kässe bibliothek ist da hinten was gefällt mir nicht die toiletten und duschen sind dort ja eigentlich okay ich auch gut eigentlich so von aufteilung die dicke fällt mir nicht so wissenschafts labor es muss noch gedreht werden das ist ja er muss gedreht werden mitnehmen nämlich die tür ich weiß ich nicht bibliothek er dies war ganz nett aber da ist verändern glaube ich für so die dinge so fällt so dass das ist das teile ich weiß nicht so ist er fehlt da fehlt eindeutig was ein 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, das gefällt mir. Das ist gut. Die nehme ich auch noch mit. Mal drehen hier. Ich kann auch hier noch mehr machen. Arbeiten. Schiffgutarchiv. Ich sehe. Ich sehe. Woher ist es lager? Ja. Oh mein Gott, das kommt raus. Was ist denn das? Schriftgutarchiv, ein O.D. an Zeitung, Magazin und Kürzeleien am Seitenrand. Ein gewaltiges Zuhause für wuchtige Wälzer, boah, das ist eine riesige Bibliotheksrezeption. Ah, natürlich haben, ich grus, ich grus, ich grus, jetzt, tausend, alter, ah, ich verarsch, grus, süß. Mal, mal, hier hinstellen. Ah, nee, denn. Wo ist denn wer, wo ist denn wer? Das ist einer? Ah, Klicksrezeption. Ja, ich grus, ich grus. Geht das jetzt nicht? Meine Schüge, ich will das hier, ich will das hier haben. Muss ich also umbauen. Ähm. Hm. Muss ich umbauen. Aber wie? Hm. Ja, war ja zweiter Jahr wieder auch langsam, also das dritte, zweiter Jahr. Das wird langsam ja auch hier, ne? Boah, Struktur in dem scheiß Bumseladen. So. Oh, verkaufen die scheiß Dinger. Boah. 300. Boah, wir kosten ja auch, wir kosten immer wieder für den selben Preis, verkaufen, kaufen. Ja. Prost. Ist egal. So. Kommen wir rein? Oh, kommt, gibt's die Rezeption da? Passt. So. Komische Bücher um die Ecke. Wo ist es denn? Hier. Wie ist es denn? Hier. Ja. 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 Mach's. Du weißt. Hm. So mag ich das. In estem Payment. Ziemlich. Es mag ich. Schau dir. ich mache es hübsch es ist schon diese kabine aber hallo weil spürt ja sauber machen also das hier ist das komische archiv ok 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 ja hier ein und so also finde ich das besser bisschen abstand weiß ich nicht immer gefällt mir da nicht lehrbuchkabine lesekabine ist das da zu leise ja das wie ich ja noch die moderne art die ganze computers die computers schriftgülle ich habe eine idee an zeitung mal sehen wir zu einem seitenrand wo ist dieser bums hier die 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 Vielen Dank. So. Okay, das ist der. Die Schriftgutarchiven würde ich noch einen haben. Ist okay, glaube ich. Ja, das ist glaube ich okay. So, was haben wir denn jetzt? Der ist fertig. Dann sind Bänke hier. Und als Raum. Der ist big. Der ist gut. Tränke-Ding ist da. Okay. Ja. Dein Raum für die Dozenten. Hm. Da war der Zwischenpark, oder? Toiletten und Duschen? Nee, obwohl das ist echt verschenkter Raum, den ich habe, ne? Das ist wirklich sehr, sehr viel verschenkter Raum. Er ist sehr viel verschenkter Raum. Hm. Toiletten. Toiletten, hier, Toiletten, da. Kann ich einfach vergrößern die Scheiße. Ja. Ja, kann ich auch. So. Oh, zack. Recht mittig. 3,4,4,6. So. Oh, ich hab noch mal. So. Oh, ich hab noch mit. Oh, ich hab noch nie. Oh, ich hab noch mit den drauen. Das ist schon. Vielen Dank. 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 Zack. Ich weiß gar nicht, warum ich nicht frei aufgekommen bin. Oh, fertig. Ach, weg. Boah, Trick 79, pass mal auf. Schau mal. Schau mal. Trick 5,5. Trick 5,5. Junge Hm. Okay. Mal wieder platt zum Ende. Oh mein Gott. Bibliothek. Würde da nicht reinpassen. Auch nicht. Besser. Aufenthaltsraum für die verrückten Bengels. Pinkel duschen. Das können sie da. Vorlesung. Bibliothek. Schwierig. Hm. 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 So, was habe ich hier? Lade Dusch. Hm. Ja, könnte man... Kann man erstmal ein lassen, oder? Problem ist... Dein Arschgeigen. Hm. Warte, warte, warte. Das Ding ist jetzt gar nicht. Oder? Doch, haben die. sicher. So, hier ist es eigentlich... Es ist schon Struktur drin. Kann ich machen. Gefällt mir. Aber... Die anderen haben ich gar nicht. Da muss ich noch dahin pflastern. Weiß aber nicht was. zwei Nachrichten. Ich würde mir gerne etwas von einem Kiosk kaufen. Oder einen Imbuswagen oder einen Kioskwagen. 190 Tage habe ich noch Zeit. 100 Punkte dafür. 206 Tage. War mein Kiosk. Wo ich als nächstes... Hm. Mal eine Auszeichnung ansehen. Mal eine Auszeichnung ansehen. War stabil. War stabil. Also, ich habe einfach einen Kampus. Der ist... Der ist... Der ist gut. Was soll ich dazu sagen? Hm? Was soll ich denn dazu sagen? Der Kampus aber auch hier zum Beispiel... Ich lasse es ja verlaufen. Moin. So. Jetzt will ich da sein. So. So. Da ist er wieder. 90. So. Hier mehr. Oh ja. Ja, oh na. Hoopje. Oh ja, kommt hier wel. auf keinen mehr auf jeden fall keine auf die eier gehen vorwiegend platz und blablabla ja keine nüsse gehen aber ich kann auch hier weiter ich kann jetzt mittlerweile kann ich habe auch hier ein gebäude inbauen so eine mensa wäre gut ich könnte einfach eine mensa hier inbauen wo sie fressen gehen können jetzt nicht so kohle was hier liegt und lesung da mein sich eigentlich auch machen studien verwalten upgrade sind ja wünscht so eine virtuelle normalität für die vorlesung seit zwei von drei hier wird wissenschaft ich habe ja dieses wo er das habe ich noch und das ist nur zwei virtuelle normalität dozent hausmeister einzustellen ständig durch hat gerade ein bisschen guten morgen ich bin felicity bellbottoms und ihr hört radio campus in der heutigen show diskutieren wir wieder ein heißes thema diesmal altes fleisch wie grau ist zu grau das und viel viel mehr erwartet euch in kürze so der wo reichen ja virtuelle normalität senden enthält bei trinken krieg ständig hunger und tonnen blindheit lässt müll fallen die mich haben die mich haben die mich haben doch die bibliothek die wir haben die mich haben die menschen kürken den stich ein junger er ist gut die wir uns das abgelöst eine bibliothek sucht nach arbeit das stadion damit ein das stadion wie oder dich Ich muss dich feuern, Gary Wumms, Bruder. Ja, bringt's mir halt nix, ne? Ja, ich muss dich feuern, Bruder. Du bist für mich echt... Ja, du bist zu wenig. Du kannst nicht viel. Das ist nicht gut. Kopieren. Oh. Ich will den ganzen Raum kopieren. So. Der Bildungsminister Tarquin Foxbridge hat wieder einmal die Studierendenvertretung des Counties gegen sich und sein Ministerium aufgebracht, indem er verkündete, Studiengebühren werden erhöht und das ist gut so. Mein Schuhwachs kostet mehr als eine Universitätsausbildung. Das ist einfach nicht fair. Vielen Dank, Minister. Für diese dringend nötige und vollkommen fehlgeleitete Einsicht. Sucht nach Arbeit. 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 Wie sucht nach Arbeit? Wollte ich mich verarschen, oder was? Was ist denn hier? Percy. Status? Nach Arbeit. Erinnerung an alle Studierenden. Freizeit ist eine Illusion. Wissenschaus-Labor. Ich brauche zwei Stück. Jetzt auf einmal. Wir bräuchten zwei Wissenschaus-Labore. Das bringt mich jetzt ein bisschen außer, außer, außer Bahn. Das ist noch gar nicht so mein Plan. Das bringt mich so ein bisschen, ich weiß nicht. Ja. Das bringt mich so ein bisschen, ich weiß nicht. Das bringt mich so ein bisschen, ich weiß nicht. Das bringt mich so ein bisschen, ich weiß nicht. Oder beide so. Ja, Mann. Ich will ja auch mal rückwägen. Wo ist die Tür? Da. Aber, kopieren. Boah. Boah. Oh, das hat's geil, glaube ich. Oh yeah. Jawohl. Oh yeah. So will ich gut aus. Ja, das wild. Vorlesung. 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 Und bündeln gehen. Bündeln gehen. Dies, das. Mask was. Was? Ja. Auf den Salzraum kommen. Kann ich auch noch bewegen. Für die Dozenten. Ja, wild, Junge. Zoo ist geil. Gefällt mir das. Ja, so ist gut. Ich kann mir so eine Fressbecker noch hinbauen. Ja. Das gefällt mir. VR-Labor. Ein von zwei. Das ist jetzt auch interessant. Ich muss erst hier auch noch alles umstrukturieren. zu wählen. Mit den Duschen oder so gefällt mir nicht, wie das hier gestrukturiert ist. Ähm. Also. Pause. Gefällt mir nicht. Ich muss ein bisschen. Platz sparen da. So ist okay. Naja. Aber hier. Viel. Weil. Die Bibliothek ist viel geiler. Na. Genau. So. Woi, 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 woi. Ich hab nicht mehr viel Geld, ey. Langsam alles runter. Hm. Woi, 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 woi. Ich hab nicht mehr viel Geld, ey. Ich hier kopiere. Ah, nein. Nicht das. Das hier. 45.000. Ach du scheiße. Hab ich ja kaum noch Geld. Na. Nicht erreichbar. Ist ja auch uninteressant. Mist. Ah, mies, ey. Ich muss hier. Ich muss Platz bekommen. Ah, das ist echt klein. Hm. Guck, da mach ich viel Virtual Reality. Da hinten noch eine. So eine Ecke. Okay. Hier verkaufe ich. Brauche ich auch. Dazu stelle ich wie so der Dusche in. Hier. 16.000. Ist fett? Ne, ist falsch. Hier muss ich. Lass hier nun leider nicht rein. Aber. Hier hin. Wird sich aber da, glaub ich, besser machen. Vorlesungsraum. Haltes Zimmer. Niemand. Hm. Aber ein zu klein. Ich, 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 ich. Hm. 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 Das raum brauchen wir nicht hier. Ja. Okay. Ja, warte mal. Na, habe ich denn zu früh auf Tetris Meister? Tag Junge. Oh, die Tür wird ein. Ja, ja. Tür. Tür. Ja. Fertig. Siehst du ja, Bumsler? Was ist denn los? Aufenthaltsraum, so kleiner. VR-Labor, zwei Stück vor euch. Neu, ich stelle das zweite VR-Labor hier rein. Probieren. So geht's auch. Guck mal. So ein paar tote Ecken, aber ist auch kein. 40 Taun. Alter. Nur noch 14 Mille. War alles umgestellt. Was? Zenden benötigt. Ja, davon habe ich genug. Das schwöre ich dir aber. Wo sind die Mitarbeiter? Assistenten, wo sind die? Stenden. Gut zur Arbeit. Die nehm ich. Ah, wir haben auch keinen. Senden. Ah, Willow. Oh, hilft, ne? Kann der Campus ja Studiengänge verwalten. Ähm, erstmal mal Upgrade. Oh, auf jeden Fall vorbei ist auf 2. Dann hätte ich noch einen Punkt über. Ähm, Orschologie. Wie. Wie, äh. Kann ich nicht mehr. So. Upgraden wir mal ein bisschen, oder? Keine Ahnung, was ich hier mache. Aber ey, Folge erstarten. Boah, 46 Minuten. Ja, wie wir mal sagen. Ich habe jetzt bearbeitet. Auf jeden Fall witzig. Ich habe viel zu viel gemacht. Aber wenn der eine oder andere vielleicht ein paar Tipps hat. Ähm. Ich meine, das Game ist ja richtig frisch. Aber, wer weiß. Keine Ahnung. Hat einer oder andere Tipps. Hat das jetzt ein bisschen beobachtet. Hat gesagt, ey. Der Wiegel macht doch ein paar Sachen falsch. Ich möchte dir mal was sagen. Dann bitte einfach mal hier rein tippen. Ich bin auf jeden Fall dankbar. Weil das Spiel macht mir echt Spaß. Ich bin gespannt, wie es so weitergeht. Ich habe gesehen, ihr habt ein bisschen rumgebastelt. Die ist das gemacht. Ich, äh. Mal sagen, das reicht erstmal für heute. Nächste Aufnahme, bis ihr dann wieder das dritte Jahr abgelaufen ist. So. Danke. Tschüss. Schreinst. Schreinst. grabsze. Vielen Dank.